So, heute ist der 15.1., vielleicht ist es auch der 14., und das ist eine Probeaufnahme für Gesangsübungen aus der Musikschule zwischen den Weinbergen. Mein Name ist Rudolf Maria Resanek. Hallo. Es geht erst um Übungen auf der Klangshilfe NG. Wie singen, singen. Das Ganze auf einen schönen fließenden Atem. Tut gut, schmeckt gut. Darum geht es, dass der Unterkiefer dabei locker hängt. Der Mund geht so auf. Nicht so, sondern wie beim Gänen. Ist doch früh. Der Mund geht so auf. Nicht so, sondern wie beim Gänen. Der Mund geht so auf. Nicht so, sondern wie beim Gästen. Da muss man Platz zwischen den Backenzähnchen machen. So als würde man Hölzeln. Hölzeln, Platz zwischen den Backenzähnchen. Ja, und man erreicht dadurch Resonanz in die Maske, fließenden Atem, leichtes Aufwärmen der Stimmbänder. So, das war die erste, gleich kommt die zweite.